Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars, aber erst mal Uh, Slack bisschen, die tägliche Belohnung abholen Jackpot Leute, kommt, kommt Hier nur 500, deine Mama Ja, in der letzten Folge Bad Wars habt ihr echt gesehen Er konnte es angucken, kann es auch nicht angucken Ja, leider konnte es man nicht angucken Es lag daran, ich habe urheberrechtlich geschützte Musik benutzt Tut mir leid, das war einfach nur die Cantina Band von John Williams Die es auf dem PC gucken wollten, konnten es auch angucken So ist er jetzt nett, ne? Ja, eben habe ich noch mit Kloppy Cubes aufgenommen Wir wollten dann Timolia spielen, 1, 2, 1 Wir haben gespielt Ich habe ihn fertig gemacht, getenhardet Er hat mich nicht einmal getroffen Er schreibt natürlich, dass ich hecke Äh, man sieht es, ich hecke, ne? Optifine 8x1, natürlich hecke ich nicht So arm bin ich nett, tut mir leid Nicht, brauche ich mich auch eigentlich nicht zu rechtfertigen Aber muss ich anscheinend sonst Gibt ja kein Ruh Und so weiter Der Türkise will herkommen Und natürlich falle ich runter Was auch immer Scheiße Einbauen Dieser Wichser Das kriegt er zurück Ganz einfach Oh, erster Bringt er nichts, Entschuldigung Lol Der macht mich gleich Als ob Unfair Ich bin nicht der Badfoss Pro oder so Aber auch kein Hub Oh, das war nicht schlecht, ne? Und ich mach das nie Ich spiel nie Badfoss, Leute Ich bin dann, um was mal so aufzunehmen, aber Ich spiel's nicht Den rarschen wir, Leute Den rarschen wir Mann, da wollte ich hin Fuck Nein Das war dumm von dir Das war richtig dumm von dir Ja, ich hab ihn Boop, boop Alles klar, der probiert mit Nock Und hat's geschafft Alter Verwalder Okay, der Typ schießt Und trifft mich vielleicht gleich Nein, 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 nein Das darf nicht passieren Ich will doch gewinnen Tschüss Ich hab kurz Endsneak Das war dumm Ich hab ihn Nicht So Ich hab ihn Ja Der ist hier Alten Na ja, GG Gut, Leute Das brauchen wir jetzt aufs Spiel Ich glaub zum Abschuss Abschuss, genau eine Runde Kid PvP So ganz Spielmodus für sich Also Der Server ist so ein ganz eigener Server Das ist nicht PvP Das ist nicht Schwitz Doch, das ist schwitzig Aber Von dem Stil her Es ist ein ganz eigener Server Ist ja eigentlich jeder Server Aber hier sind meistens die Loops drauf Seht ihr ja hier Gut, dann Danke Leute fürs Zusehen Ich schneide jetzt das Video Bald kommt noch Eine neue Folge CubeSat Ich glaub morgen Und Ich hole gleich was zu trinken Tschüss